Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play für Dark Souls 2 The Skola of the First Sin. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, die DLCs noch zu machen. Und zwar bin ich hier im Schrein des Winters, weil ich weiß gar nicht, wie der DLC dann hier heißt, das werde ich dann auch gleich sehen, weil in diesem DLC, dieses ganze Schneegebiet da, da finden sich nämlich interessante Sachen für Hexer. Also einmal natürlich tolle Hexereien und dann der dunkle Klauenring. Den möchte ich eigentlich unbedingt haben, damit ich hier meine Hexereien noch ein bisschen verstärken kann. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den zuerst zu machen. Allerdings habe ich in den noch überhaupt nicht reingeschaut. Die anderen habe ich mal angespielt und habe mich da mal so bis zu den ersten 1-2 Leuchtfeuern vorgetastet. Aber hier war ich jetzt noch gar nicht drin. Deswegen ist es jetzt mehr oder weniger blind. Ich habe mal ausschnittsweise ein paar Let's Plays angeschaut. Das ist aber auch schon länger her, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich weiß nur, dass dieses Gebiet eben ziemlich kalt und schneig ist. Und dass man wohl hier erstmal den Schneesturm beenden muss, damit man hier einiges Loot einsammeln kann oder bestimmte Gegner dann aufwachen. Aber wie gesagt, was das genau auf sich hat, das weiß ich hier nicht. Und das werden wir jetzt hier gemeinsam mal erforschen. Deswegen weiß ich natürlich auch nicht, wo es hier überall hingeht. Und wo es da was zu holen gibt. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen erstmal zurechtfinden. Ah, Leuchtfeuer. Okay. Ich war im Hauptspiel jetzt noch ein bisschen... Ups. Okay, hier werde ich schon gewarnt, dass es hier nicht so toll ist drin. Macht aber nichts, wir trauen uns trotzdem. Wie immer man dieses Gebiet hier ausspricht. Hier weiß ich, dass es zu einem optionalen Boss geht. Der aber unsichtbar ist, bis man ein bestimmtes Item gefunden hat. Deswegen gehen wir jetzt da auch noch nicht hin. Gegen unsichtbare Bosse kämpfen ist ja nicht so toll. Unsichtbare Gegner reichen ja schon. Oh, das sieht so aus, als würde ich mich hier gut verlaufen. Aber dann kämpfen wir uns hier mal rein. Hier sind schon wieder Blutflecken. Das lässt ja tief blicken. Was bist du für einer? Oh, nein, 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 nein. Au. Ach, der kann auch noch zaubern. Äh, okay. Ähm, aber wo zaubern? Genau. Ich musste, oder ich bin jetzt auf einen anderen Zauberstab umgestiegen, der für Hexereien jetzt nicht so das Maximale rausholt. Aber es gibt einige Zauber, die quasi wie Wunder nur mit so einer heiligen Glocke gewirkt können. Nicht heilige Zauber, einige Hexereien, meine ich. Und dieser Stab, der hat den Vorteil, So, dass er Ähm Zauberhexereien und Wunder Wirken kann. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange ich hier brauche, bis ich zum nächsten Bonfire finde. Ah, deswegen wollte ich so ein bisschen sparsam mit meinen finsteren Kugeln umgehen. Schimmernden Lebensstein. Geheimnis voraus. Schaut aber nicht so aus. Hm. Dann eben nicht. Da ist noch ein Jude. Oh. Oh, da hat der mich noch erwischt hierdurch. So. Da droppt irgendwas. Lebenssteine. Oh, Lebenssteine kann man nie genug haben. Ich habe übrigens noch eine Estos-Scherbe gefunden. Die habe ich jetzt hier im Inventar. Ganz nur so nebenbei hier. äh, in diesem Gebiet da im schwarzen Loch, oder vor dem schwarzen Loch, äh, mit diesen vielen hölzernen Podesten und Leitern. Ähm, aber ich kann meinen, den eigentlich nicht mehr verwenden. ist wohl ein Aufzug, ist aber noch nicht im Betrieb, sieht nach einem Shortcut aus. Dann machen wir hier mal weiter. Äh. Schöner Backstep. Ach, den kann ich gleich mit so einem Backstep One hitten hier, das ist ja cool. Äh, diese Hexen oder Zauberinnen, die tun erstmal auch nichts, habe ich mir sagen lassen. Ähm, die kann man erledigen, muss man aber nicht, versucht angreifen. Äh, ich nehme an, die spawnen ja sowieso wieder, wenn ich mich hier in irgendein Leuchtfeuer setze. Äh, wo geht's denn hier hin, runter, uah, und die wachen auch erst auf, wenn ich diesen Schneesturm hier irgendwie... erledigt habe. Jetzt versuchen wir den doch auch mal. Ha. Ah, das funktioniert ja wirklich richtig gut. Obwohl ich jetzt nicht so der Backstep Profi bin. Ach, da sind Hunde, ach du lieber Himmel. Die mache ich lieber hier so von... Von hier so, äh... Okay, haben wir die mal erledigt. Ach, die haben was getroppt. Ich sehe das gar nicht hier vor lauter Schnee. Hast du auch was getroppt? Nee. Vor lauter Schnee sehe ich hier gar nichts. Äh... Du hast getroppt. Auch nix. Aber hier liegt ein Loot. Eine Flügellanze plus sieben. Bin ja eigentlich so der Fan von, äh... Bilanzen und Speeren, weil man da nicht so nah an den Gegner ran muss. So. Da oben geht es weiter. Und hier können wir auch noch was einsammeln. Vorsichtig. Ich sehe mich schon hier runterfallen. Äh... Äh... Eine Fackel. Das ist ja ganz wichtig hier. Aber wer weiß, wofür man es braucht. Die Gegenstände so in Dark Souls, die liegen ja nicht umsonst immer irgendwo rum. Da gibt es noch Loot. Ah, da kommt man gar nicht durch. Ich glaube, da muss man auch erst warten, bis man hier die Gegend aufgetaut hat. Wund, Blut, Spuren. Vorsichtig um die Ecke, Linsen. Da sitzt wieder so eine Dame. Wahrscheinlich muss ich da unten weiter, oder? Nachricht lesen. Na, toll. Oh. Da schießt auch noch einer mit Magie. Oh. Nein, 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 nein. Nein. Uch, lieber Himmel. Ihr habt mich doch gar nicht erwischt. Das gibt es doch gar nicht. Oh. Aber der hat mich jetzt fast erwischt. Oh, oh, oh. Erstmal hier in Sicherheit bringen. Erstmal wieder in Sicherheit bringen. Vielleicht sollte ich da so ein bisschen Magie-Schutz anlegen. Ach, jetzt habe ich mein Speer nicht drin. Ich depp. Ah. Wer ist denn das, wer schießt denn da? Der da unten? Ah. Ne. Mach mal hier ein. Estus ist mir jetzt im Moment zu wertvoll. Ja, es scheint wohl der da unten zu sein. Mal vorsichtig da runterlaufen. Habe ich noch irgendwie was übersehen hier? Oder? Ah. Da ist auch noch einer. Ah. Halt. Ja, 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 ja. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ach, wieso habe ich den jetzt verfehlt? Neine Güte. Leute. Ist hier mein Schild eigentlich? Irgendwas von irgendeiner Wirkung hier? Ich glaube, wenn die so Magie aussenden, sind sie ja immer nicht so... Äh. Oh. Nein. Ach du. Ei, 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 ei. Ich probiere es dann doch aus der Entfernung mal. Oh, der ist doch gegen Hexereien empfindlich. Okay. Aber ich verbrauche ja hier meine Gesundheits-Items ganz schön schnell. Äh. Und ich habe ja keine Ahnung, wo hier irgendwo ein Leuchtfeuer ist. Wieder ein Panic-Roll hier. Mal hier hinter die Schneehaufen hier verstecken. Ja, jetzt alle wieder wegrennen. Genau. So haben wir es ja gerne. Aber gut, wir brauchen halt doch drei oder vier. Mal hier. Ups. Wieso hat der jetzt nicht gesessen? Ach, hat der sein Schild hochgehoben? Na komm, du mal her. Ach. Der war schneller. Also das ist schon eine ganz gute feindgepflasterte Gegend hier. Vor allem weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das heißt, ich muss ja jede Ecke absuchen. Ähm. Höp. Ach. Ach. Ich bin nicht schnell genug weggesprungen. So, dann mal weiter im Text. Was ist hier alles? Wo kommt man hier hin? Hurra für Zufluchtsrochte. Ja, den brauch ich ja jetzt nicht mehr. Aber das ist alles so neblig hier. Da kann ich rauf, hier kann ich runter. Das sieht jetzt auch gar nicht mehr so weit. Aber ich bin ja dann schon mal gespannt, wenn man das hier alles abgetaut hat, wie das dann aussieht. Ich werde mir zur Sicherheit mal... Die Feder brauche ich ja nicht. Ich will mich ja nicht wie so ein Feigling hier aus dem Staub machen, aber... So ne Aufladung für meine Zauber wäre nicht schlecht. Ah, nee! Nein! Ich habe jetzt noch so alle möglichen Zauber mal eingepackt, die ich noch nie ausprobiert habe. Hier tiefe Stille und Lebensreste. Ich weiß gar nicht, was das alles macht. Müsste ich bei Gelegenheit hier auch mal probieren. Der hat was gedroppt. Gelbes Kraut, das kann ich ja immer brauchen. So. Jetzt habe ich aber nichts vergessen hier unten. Oder... Ähm... Ach, ich könnte davor laufen. Aber da sieht mir das irgendwie so zusammengebrochen aus, oder? Wenn ich da rüber springe, falle ich runter. Ich kenne mich doch. Ähm... Deswegen lasse ich das jetzt erstmal und gehe da oben weiter. Vielleicht kommt man ja dann irgendwie noch von der anderen Seite da dran. Keine Ahnung. Ich bin ja schon froh, wenn ich sie irgendwo dann zu einem Leuchtfeuer schaffe. Mal um die Ecke linsen. Oh, da stehen sie alle hinter den Kisten. Und ich kann hier eine Tür öffnen. Ähm... Dann gehe ich doch mal in die Tür. Pfff... Ach, schade. Jetzt habe ich gedacht... Oh! Mein Gott! Jetzt habe ich gedacht, das wäre ein Leuchtfeuer, weil das so schön hier geleuchtet hat. Meine Güte! Was hat der hier für eine Reichweite? Das gibt es doch gar nicht. Boah! Was hat der für eine ewig lange Lanze hier? Hier sitzen wieder so... Madame... Hier bin ich raufgelaufen, oder? Ja, da komme ich eigentlich nur so durch. Äh... Da höre ich doch schon wieder. Ah! Ach, du lieber Himmel. Was kann der denn hier für Waffen auspacken? Meine Güte! Uh... Hat mich der Kerl überrascht jetzt hier, der... Ach, und das sind Kisten. Aber da kann ich nicht ran, weil die auch zugeheist sind. Na toll! Tolle Aussicht! Ja! Okay! Tolle Aussicht! Jetzt kann ich hier runter hopsen. Oder ich gehe zu den Typen mit den Kisten, aber ich glaube ich spring mal hier runter. Das scheint mir ja irgendwie so ein Gebiet zu sein, wo ich dann da wieder zurückkomme. Ja, ein Kloster-Amulett. Ah, genau. Da komme ich wieder da rauf, wo ich hergekommen bin. Ah! Und da ist der dunkle Klauenring, den ich haben wollte. Genau. Ah, ja. Und jetzt bin ich wieder hier. Genau. Und den kann ich doch gleich mal anlegen. Ach, was habe ich denn da noch drin? Goldenschlangenring. Ja, ich wollte so ein Set mir zusammen farmen. In Aldias Feste. Das ist mir aber nicht gelungen. Leider. Da habe ich dann alle Gegner schon aus, ja, weggelootet gehabt oder so. Oder die kann man ja nur eine bestimmte Anzahl töten. Und dann verschwinden die. Und die waren dann leider schon weg, bevor ich da alles zusammen gesammelt hatte. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen... Ich müsste meine Belastung mal erhöhen, dass ich hier unter 40 Prozent bleibe. Oder wo war denn da die Grenze, wo man da... Ah, ich glaube, die war bei 25 Prozent und dann nochmal bei 70. Wo man dann... Wo man dann... Also ab 70 hat man dann den Fat Roll und ab irgendwas. Was auch immer. Ups. Treffen sollte man natürlich auch. Was habe ich denn da jetzt getroffen? Irgendeiner anderen. Aber ist ja egal. Da kommt ihr mal hier einzeln runter. Das wäre doch mal gut, oder? Aha. Oh nein. Nicht so viele. Einzelne habe ich gesagt. Ah. Wollt schon anvisiert. Du hast wenigstens kein Schild hier. Kein Schild. Also wenn ihr mir nochmal sagen könnt, wo da die andere Grenze der Belastung ist. Ich meine 25. Da muss man immer so nackig rumlaufen, wenn man da quasi noch schneller rollen will. Da war doch noch irgendwie ein Hund, oder? Genau. Den hatte ich doch irgendwie gesehen da, den Hund. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal hier meine Zauberaufladungen wieder regenerieren. Ein Eisfloret. Ach, das ist das Schwert, was der da hatte. So, wie wäre es denn jetzt mal mit einem Leuchtfeuer? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Oh. Nein. Ah. Hast du auch wieder so einen langen Speer hier? Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer, liebe Leute. Oh, diese ganzen Mädels, die hier jetzt noch so teilnahmslos rumlaufen. Wenn ich mir vorstelle, die stehen dann auch noch auf. Und dann muss ich dann da auch noch durchlaufen. Dann wird es echt richtig eng. Leuchtfeuer rechts. Ah! Leuchtfeuer rechts. Dann gehen wir natürlich links. Ich hätte nämlich noch ganz gerne Loot. Was machst du hier drin? Hier kann ich rausspringen. Äh, bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt wagen soll hier. Daher komme ich dann nicht mehr zurück. Oder ist das einfach nur... Ah, hier kann ich runter. Ich glaube, dann kann ich wieder hochlaufen. Ich hoffe es, dass ich wieder hochlaufen kann. Ich will ja nur gucken. Ah, da bin ich hergekommen. Gut. Dann weiß ich zumindest, wo ich wieder zurückkomme, wenn ich hier irgendwo runterspringen muss. Ist doch wieder so einer, der so eine Keule hier auspackt. Oh mein Gott. Wieso hat der so eine weite Reichweite? Das gibt es doch gar nicht. Ich habe natürlich wieder hier das falsche Equipment am Start. So, erstmal drauf. Besser eine zu viel als zu wenig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also hier kann ich euch leider gar keine Tipps geben, weil ich, wie gesagt, hier auch zum ersten Mal durchlaufe. Und wehe, da ist kein gescheites Loot da hinten. Oh nein. Mein Zauberstab geht kaputt. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das hatte ich ja auch noch nie. Ahhhh. Kommt der mir nach? Ach nee. Kann ich vielleicht mal reparieren. Ich habe mich immer gefragt, wofür ich dieses blöde Reparaturpulver brauche. So, wie schaut es denn aus? Ah, der ist wieder repariert. Okay. Hm. Gut, wo hat der sich jetzt hin verzogen? Wieder da um die Ecke wahrscheinlich. Ah. Ah. Ah, war eh schon erledigt. Okay. Okay. Aber dass Zauberstäbe auch kaputt gehen können, das wundert mich jetzt doch. ein Glockenhelm. Ja, den habe ich ja schon immer mal haben wollen. Ähm. Aber egal. Vielleicht ist er ja noch für irgendwas gut. So, wenn da jetzt steht Leuchtfeuer voraus, dann... Werde ich doch da nochmal reingucken. War das eine... Ne, das war jetzt keine Kiste. Noch irgendwo ein Loot hier hinten. Ach, hier geht es auch noch weiter. Ahhhh. Schlüssel voraus. Weil ich will ja nicht, dass alle Gegner hier wieder aufstehen. Wo komme ich hier hin? Wahrscheinlich nirgends. Ne, das muss ich... Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie, äh... Feuer anzünden und dann geht die Tür auf, oder? Keine Ahnung. Das mache ich jetzt aber besser nicht. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit machen. Wenn mir langweilig ist. Und mir ist im Moment nicht langweilig. Ich will nämlich ein Leuchtfeuer haben. Ah, da ist ein Leuchtfeuer. Und wahrscheinlich Gegner. Oder? Ne, gar nicht. Schwitz. Ich habe es bis zum ersten Leuchtfeuer geschafft und bin nicht gestorben. Und das in einem unbekannten Gebiet. Sinnlos. Hier ist auch nichts. Keine Tür, keine Wand oder was. Ich werfe jetzt nur mal hier kurz einen Blick raus. Ähm... Wo es hier weiter geht. Äh... Ich wollte nur einen kurzen Blick rauswerfen. Typi. Genau. Da würde ich sagen... Ah, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. In was kann denn der hier seine Arme noch verwandeln? Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, machen wir hier ein kleines Präuschen und machen dann in der nächsten Folge an diesem Leuchtfeuer weiter und schauen mal, wo uns hier diese Schneelandschaft hinbringt. Aber ihr habt schon gesehen, die Anzahl der Gegner ist nicht ohne und wenn die Mädels hier auch noch aufstehen und sich da gegen mich verschworen haben, dann wird das noch enger. Aber so mit meinen Hexereien, da geht ja das im Moment. Also bin da ganz zufrieden, wie ich hier durchkomme. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.